Dings voll, wa? Oh, okay. Gib mir mal was ab hier. Wo denn? Da ist er da. So, fertig. Fertig. Punkte. Gut. 10. So, jetzt kann ich hier mehrere Sachen gleichzeitig machen. Okay. Nein. So ist besser. Spielfortsätze. Oh, da wird sie doch irgendwie cool. Bin ich denn hier angelangt? Oh, ich kann hier rein. Mal gucken, was da drin ist. Da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. Oh, ja. So, okay. Jetzt muss ich wieder nahe rein. Was nicht ganz schnell raus hier. Kein Konzert bedeutet keinen Lohn. Wie überlebt ihr ohne Geld? Ich hab verstanden. Ähm, und wieder raus. Das kann ich mir später antun. Das muss jetzt nicht sein. Weil ich hab eine Mission. Okay. Dann wollen wir mal. Ja, was da steht hier mit dem? Speichern? Müssen wir mal wieder bei diesen Fischern. Die sind hartnäckig. Die sind hartnäckig. Die sind hart. Die sind hartnäckig. Ähm, da. So, hier ist das auch. Das ist ein Kopfkörpster. Ähm, ich glaube, ich muss da lang, ne? Wenn ich jetzt zurückgehe, da gab es noch einen anderen Weg. Ich glaube, hier lang, oder? Genau. Mal gucken. Vielleicht komme ich ja da rüber. So. Das Ding speichert, das ist gut. Ach so, ich bin immer noch angegriffen hier. Aber ich muss ja irgendwie rüber. Oh, das ist ein Blünderer. Oh, das ist ja ganz schön, ja, das ist ja. Ähm, Munition. Munition. Mal gucken, was ich alles verkaufen kann. Oh, hi. Mensch. Leg dich da mal flach. Wo bist du, du? Gut, hier geht es irgendwie rüber. Genau, ich muss weiter in die Richtung. Ich bleib an jeder Kante irgendwie stehen gefühlt. Da ist noch ein Vor. Da ist noch ein Vor. Wir müssen aber geradeaus. So, nach immer 10 Minuten ungefähr, mache ich einen Cut und mache eine Neuaufnahme. Wäre das Beste beim Spiel. Ich weiß nicht, warum der OBS so versagt hat. Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, warum OBS das so weggeknallt hat hier vorhin. Drei Aufnahmen hat es mir versaut. Drei Aufnahmen hat es mir versaut. Deswegen nicht, wundert euch nicht, dass die vorhergehenden Aufnahmen sind merkwürdig teilweise waren. Weil ich einfach nur, warte mal, Pause. Gut, das Spiel geht noch. Ja, ich muss der OBS komplett neu installieren. Auf allen, das hat sich nicht mal richtig deinstallieren lassen, das Spiel. Ah, das Programm meine ich. Ich habe es deinstalliert, habe es geöffnet, war immer noch alles in Ursterstand. So. Da. Ja, mit Blünder verhandle ich nicht. Wo ist er denn? Okay. Danke schön. Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg. Scheint so. Ich muss an den nächsten rechts und dann wieder rechts. Da. So. Die Fische machen wir mal platt hier. Bin ich hier richtig? Ja. Und der nächste wieder rechts. Hä? Da ist was. Okay, dann gehen wir erstmal hier rein. Speichern schön. Übergang zur Höhle des Teufels. Jetzt mal gucken, ob da auch wirklich der Teufel drinnen sitzt. Mann, das baut. Ey, normalerweise ist ja doch die Ladezeit. Ist die Ladezeit länger, oder? 131 Meter, aber ist echt schön. Ist echt schön, oder? Ich muss da irgendwie hoch. So, Mann. So, Mann. So, du auch. Ich bin etwas angeschlagen, das hier bewege ich nicht so langsam. So. Eine Monster voller, eine Höhle voller Monster, meine ich. Okay, mal kurz gucken. Und weiter geht's. Aufnahme hat funktioniert. Okay. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war nicht ganz gut. Okay. Das war nicht gut. Ich versuche mich, dass ich ganz gut nach Ihnen Anyktion. So, ich nachdem. Ja.